hey leute hier ist wieder euer arbro game wie versprochen machen wir hier weiter wo wir stehen geblieben sind und jetzt suchen wir uns den kleinen bommel alter nein mann hier war er auch nicht ich habe ihn irgendwo stehen gelassen aber ich habe keine ahnung wo warum schon ich brauche energieplätze keine energieplätze doch ja 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 das hat mir noch gefehlt mann ich schwöre wie ich das ass an dem spiel ich muss jetzt hier speicher unterkunft machen nein Nein, Mann, hör auf! Ja, ich hab's leider nicht geschafft, so eine blöde Kack-Schlange hat mich gekillt. Bringt nichts. Und das ist schon richtig ärgerlich. Irgendwo da unten hab ich das Ding, dann hab ich das Dorf gefunden, dann hab ich den Kleinen verloren. Okay, dann nochmal. Ich bin runter, hab mich gewaschen. Das war's. Das war's. Das war's. Wirklich. Ich habe einen Kleinen, was ich d accord an. Die Wege- Wirklich. Das war's. Es ist gut. 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 Ich bin immer wieder. Ah! Ich bin mir vor. Ich bin mir vor. Ich bin mir vor. Ja, chill dich ab, bitte, ok? Da ist das Dorf, ich muss hier halt nur jemanden befreien. Was hat denn das gesagt? Oh, 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 oh. Die Lüge klingt wie ein hundert totes Monkies, whose spirits are still in pain? Okay. Tagebucheintrag Legende haben wir gefunden Dann haben wir hier irgendwas gefunden Dann haben wir endlich den Waffenständer bekommen Ach, Waffenhalter Wie cool Soll ich mir schnell einen Speicher-Shelter bauen Wie später muss? 8 Uhr Ich baue mir trotzdem einen Speicher-Punkt 1, 2, 3 Lass ich mal hier Okay, auch nicht schlecht Was hat er genommen? Und dann, 2, 3 Lass es dieses Tonnen Dann, 2, 3 Lass es das zu tun Ich brauche mir keine Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay Schauen wir mal Back Look 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 Ja, ich versuche das so schnell wie möglich echt, hab das aber keine Ahnung ohne Karte. Ich hoffe, dass es richtig ist. Da ist irgendwas gewesen, glaube ich. Warum schon lass das Dorf sein. Na, na, was wird Dorf, Alter? Ich habe keine Ahnung, wo ich das geht. Ja, chill dich ab, Mann. Weißt du zufällig, wo das Dorf ist? Ja. Da ist eine Höhle. Da kommen wir nicht drunter. Wir schauen mal, ob wir jetzt irgendwo zurückkommen oder gar nicht. Also hier waren wir. Und bald kippe ich eh um. Was sind wir? Ja. 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 Wir sind hier zu sehen. Wir sind hier, bis wir sind zu sehen. Wir sind hier alle, bis wir sind. Schönen wir die Sauerkannung an, wir sind hier die Sauerkannung an. Wir müssen uns beim Nachigen, auf den Schleuchten, wir müssen uns auf die Schleuchten Leid nur da gell. Ich regel das schnell so und danach checken wir los. Boah, Alter, es wird eine Schwergeburt jetzt, Mann. Ohne Karte, ohne Map. Irgendwie zurückfinden. Ist schon eine ganz große Nummer, Alter. Also wir sind ja da. Ich muss längst oder rechts. Ich muss resten. Hier ist ja noch einer. So ist die. Der ist hier an der Ecke. Können wir nicht zwei Stück schnappen, oder? Der ist auf der Brücke. Der huckt auf der Brücke, also wir müssen uns beeilen und den auch schon mitnehmen. Ja, ja, chill dich bitte. Komm. Wir sind gleich da. Zumindest denk ich mir, dass wir dann da sind. Ich muss irgendwie da runter machen. Ja. Energiepilze, es lohnt sich doch hier. Christoph. Ja. Wir sind ja zu home und dann Everest. Ja, ja. Können der Röps hat er gesagt, oder was? Genre. Guck mal, geh mal doch mit euch. Guck mal, geh mal. Ach, geh mal, geh mal doch mit euch. Ich kann keine Sachen machen. Oh Mann, Alter, ich drehe gleich durch. Wo muss ich denn hin? Lasst mich doch das Torsten, Franschen. Ich muss den Rest. Ich kann keine Sachen machen. Ich kann keine Sachen machen. Ich kann keine Sachen machen. Ich komme nicht klar, ich komme nicht klar. Ich kann keine Sachen machen. I'm going to die Walken. Ich kann keine Sachen machen. Ich gehe nicht auf. 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 Ich glaube, wir lassen einfach nur geradeaus. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich denke es mir. Ja, krass. Hätten die gedacht, dass wir es finden. Da vorne müsste alles drauf sein. Wir können drauf. Boah, jetzt muss ich den anderen finden. Okay, wir haben es doch geschafft. So, Freestyle, einfach durchmarschieren. Aber da hinten habe ich noch einen gesehen gehabt, den muss ich auch noch holen. So, bin ich jetzt glücklich, dass ich wieder zu Hause bin, echt. Oh Gott, ich bin zu Hause. Dusche. Okay, sauber. Jo, und jetzt müssen wir uns... ...bearzten. Weil wir... ...Würmer überall haben. Kein Thema. War ziemlich erfolgreich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ihr habt gedacht, da verrecken wir irgendwo unterwegs. Und dann von vorne, und dann von vorne und so. Okay, bevor ihr... ...und mächtig wird und noch mehr davon bekommt. Schlafen wir eine Runde bisschen. Und dann machen wir das andere Zeugs raus. Was? Ja. Warum zeigt er noch... Was? Nein, Schwachs... Okay. Schlafen legen. Passt. Optimal. Mach ich meinen Waffendings hier. Äh... Unser Waffenhalter. Wo war das nochmal beim... Beim... Was? Oh, das Ding war es nicht. Auch nicht. Hä? Auch nicht. Auch nicht. Oh, hab ich jetzt Panik geschoben. Okay. Oben hab ich noch ein langes Stick. Drei, drei, vier... Drei, drei, vier... Drei Stück brauche ich noch. Drei Stück brauche ich noch. QĄ Alter. Haben wir aber... viel... abgecheckt hier. Viele diese Waraha Free Kister kaputt gemacht. Und... Viele von diesen Lagern zerstört. Muss ich dann mal schauen, wieviel punkte ich bekommen habe, weil... Wir haben schon einiges zerstört von den Sperrkriegern und gucken wir uns dann mal an, was da los ist. Okay. Wir machen so. Einmal, dreimal, 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 viermal, fünfmal. Und den hauen wir jetzt auch hier drauf. 79, 98, 75, 97. Ja. Wir machen so, nehmen das mit, nehmen das mit, nehmen das hier mit. Und dann nehmen wir uns das mit. Zack, zack, zack. Die sind gut noch. Speichern. Bäm, alter. Okay, das haben wir auch so weit so gut geschafft. Dann schauen wir mal, was wir bekommen haben. Ja. Weg mit dir. Wir müssen jetzt jagen, wir haben Hunger. Und zwar viel Hunger. Wir sammeln alles, was wir in die Finger kriegen. Und dann... Ich muss loswerden. Hier. Oh, come on. was passiert mit dem spiel leute wo ist denn der mit meinem pfeil hin ja bevor ich irgendwie am boden ohnmächtig werde lauf ich lieber zurück oh 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 Nein, Mann. Ja, der sollte schon längst irgendwo liegen, Mann. Was ist das echt? Nein, Mann. Ja, 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 Mann. I need to rest. I need to rest. So, I have my shower. Okay, guys. You end me the episode. I thank you for watching. Bleibt alle on the ball. Euer Auro Game. Peace.